Fette Compacting ist der weltweit führende Anbieter von Hochleistungsmaschinen für die pharmazeutische sowie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Als Technologiepartner kennen wir die ökonomischen Herausforderungen unserer Kunden und haben verstanden, dass effiziente Maschinensysteme allein nicht ausreichen, um entscheidende Wettbewerbsvorteile zu generieren. Ein umfangreiches Serviceangebot spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle. Das Besondere am Service bei Fette Compacting ist, dass wir nicht nur die klassischen Serviceprodukte haben, wie Ersatzteile und Servicetechniker, die Maschinen reparieren, sondern wir auch Beratungsleistungen anbieten, wie Performance Consulting und Anwendungsberatung und zusätzlich bieten wir auch bei älteren Anlagen noch komplette Maschinenüberordnungen an. Das Schlüsselwort dabei heißt Global Customer Support. Wir haben weltweit neun Tochtergesellschaften inklusive Servicetechniker und auch Berater vor Ort. Das heißt, wir sind in allen Märkten sehr nah an unserem Kunden. Es muss also nicht immer aus dem Stammwerk aus Deutschland kommen. Mit ca. 100 Technikern und Beratern haben wir auch mit Abstand das größte Servicenetzwerk in der Tabletiertechnik. Neben dem Servicenetzwerk haben wir im Zuge unserer Internationalisierung lokale Kompetenzzenter gegründet, wie zum Beispiel in Goa, Indien. Wichtig ist, dass wir in allen Kompetenzzentern die gleichen Service- und Beratungsleistungen bieten und dementsprechend auch die gleichen Inhalte. Das ist für einen Kunden, der mehrere Sites hat, extrem günstig, weil er kann direkt dort, wo er seine Fabrik hat, seine Mitarbeiter schulen lassen und meistens noch in der typischen Landessprache. Von Grundlagen und Pressversuchen bis zur Beratung durch Tabletierexperten. Jedes Kompetenzzenter bietet diesen besonderen Service, damit der Kunde im Vorfeld seiner Produktion alle Parameter testen, bewerten und die richtigen Entscheidungen treffen kann. Um die Produktionsleistung unserer Kunden konstant auf höchstem Niveau zu halten, stellen wir einen ganz speziellen Service zur Verfügung, das Performance Consulting. Ja, Performance Consulting ist ein sehr interessantes Produkt, was wir haben. Wir würden mit Experten vor Ort sein und deutlich mehr betrachten als nur die reine Maschine, sondern auch das Umfeld, sprich wie werden Werkzeuge gehandelt, wie ist die Ersatzteilversorgung, wie ist das Reorder-Verfahren, wie ist das Wissen und Know-how bei den Bedienern und auch beim Wartungspersonal und letztendlich auch den Setup der Maschine nochmal betrachten. Das wären die vier Säulen, auf denen das Performance Consulting basiert. Wir nennen es Maintenance Management, Tooling Management, Customized Training und Production Excellence. Und darüber können wir dann die Maschine optimal aufsetzen und dem Kunden wirklich auch das Gefühl geben und sagen, jetzt läuft die Maschine mit maximalem Output, mit geringstem Produktverlust und bester Nutzungskapazität. Die Kombination aus innovativer Technologie, fundiertem Praxiswissen und einem umfangreichen Service-Portfolio haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Marktführer oder Weltmarktführer, warum sind wir das? Wir haben sehr viel in Innovationen investiert, in Entwicklung und haben vor allen Dingen auch den Service in den Vordergrund geschoben. Es ist also kein Add-on, sondern ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und das wird vom Markt entsprechend honoriert.